Herzlich Willkommen zurück zur Geheimakte 2, Buritas Cordes. Wir sind stehen geblieben bei diesem Rätsel mit der Eingabe eines Codes, damit wir hier die Welt retten können. Ich hatte mir das ursprünglich abfotografiert und war der festen Überzeugung, dass das Ganze mit diesen Zahlen hier zu tun hat, die man auf dem Bildschirm sieht. Ich habe gedacht, dass das Buch hier und das Telefon zur Ablenkung dienen. Aber wie ich das in den Kommentaren gelesen habe, war es genau andersrum. Das heißt, der Tipp liegt im Buch und im Telefon und ich kann im Grunde das hier ignorieren. Und da stand auch, dass ich das, was groß geschrieben ist, auch beachten soll auf dem Buch. Und auf dem Buch stehen ja im Grunde... Die Prophezeiungen des Zandona. Anscheinend will der kranke Pat Shelton die Ideen seines ebenso kranken Vorbilds immer in seiner Nähe haben. Das Einzige, was groß geschrieben wird, ist dieses Wort Zandona. Und dann haben wir dieses Telefon. Ein Telefon? Leider fehlen sämtliche Kabel. Deswegen habe ich es ursprünglich ignoriert, weil eben die Kabel fehlen. Das heißt, egal was wir dort eingeben würden, das würde gar keinen Sinn machen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe erst mal gedacht, okay, wie soll mir das weiterhelfen? Weil das sind Buchstaben und das sind Ziffern. Aber wenn man hier genau reinschaut, dann sieht man, dass da drunter Buchstaben sind. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, weil vor vielen, vielen Jahren die ältere Generation oder also das hat irgendwo ja meine Zeit auch noch gestreift. Früher war das so, dass es auf den Handys ja keine Möglichkeit gab, tatsächlich zu schreiben, sondern man hatte ja nur dieses Nummernfeld. Und dann musste man immer jeweils mehrmals halt den Knopf drücken, um die unteren Buchstaben halt eingeben zu können, wenn man jetzt eine SMS schreiben würde zum Beispiel. Und zuerst habe ich gedacht, man muss das vielleicht so machen, wie es hier steht. Also, dass man zum Beispiel hier zweimal die 9 drücken müsste, dann einmal die 1, zweimal die 5 und so weiter und so fort. Aber wenn man es danach geht, dann wird die Zahl zu lang. Also, es funktioniert nicht. Deswegen war der einzige Gedanke, wo ich jetzt gedacht habe, okay, was man probieren könnte, was ansatzweise klappen könnte, ist das einfach aufzuschreiben. Allgemein nur die Ziffern. Also, wirklich nur die jeweiligen einmal und nicht zweimal oder dreimal, je nachdem. Ich versuche das einmal ganz kurz, was dabei rauskommt. Ich schreibe mir das kurz auf, weil das wäre dann einmal die 9, dann die 1, dann die 5, dann müsste es die 2 sein. Wo haben wir das O? Da, nochmal die 5. Äh, nochmal, hä? Nochmal die 5? Und dann die 1? Kommt das hin? Wir probieren jetzt einfach. Achtung! Sie sind dabei, den Selbstzerstörungsmechanismus zu aktivieren. Geben Sie den siebenstelligen Code ein. Weil es sind sieben Ziffern. Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste oder brechen Sie den Vorgang mit der Beenden-Taste ab. Okay. 9, 1, 5, 2, 5, 5, 1. So. Achtung, Achtung! Der Selbstzerstörungsmechanismus wurde aktiviert. Sie können den Vorgang abbrechen, indem Sie den Code erneut eingeben. So kann ich die Katastrophe verhindern. Ich ziehe die Karte raus, hier fliegt alles in die Luft und die Funkverbindung zur Bombe bricht ab. Ja, hier fliegt alles in die Luft. Ich zum Beispiel und Max. Aber habe ich eine Wahl? Vielleicht schaffe ich es ja, wenn ich schnell genug laufe. Bei Lola und Boris Trump hat das schließlich abgeklappt. Wie heißt es doch so schön? Humor ist die Höflichkeit der Verzweifelten. Ich wusste es. Die verlorene Tochter ist noch da. Oh nein. Sie kommen hier nicht mehr raus, meine Kleine. Die Tür im Erdgeschoss habe ich abgeschlossen. Und die Wachen sind alarmiert. Also machen Sie es uns beiden nicht so schwer. Geben Sie mir die Chipkarte. Dann bin ich durchaus bereit, die verlorene Tochter mit offenen Armen wieder zu empfangen. Sie können mich mal. Aber wer wird denn gleich so ausfallend werden? Seien Sie ein braves Mädchen und geben Sie mir die Karte. Sehen Sie, wir werden sonst alle sterben. Und das wollen Sie doch sicher nicht, oder? Nein, aber die Alternative will ich noch viel weniger. Und zumindest nehme ich Sie so noch mit ins Grab. Oh nein. Oh nein. Zeitdruck. Oha, der kommt immer jedes Mal. Das heißt, ich habe nur... Was ist das? Eine dieser alten Wagen. Diente wohl früher mal zum Abwiegen von Getreide. Kann ich das mitnehmen? Was soll ich damit machen? Mich wiegen? Meine Situation ist schon deprimierend genug. Okay, okay. Ach so, sie springt automatisch. Also ich muss nicht. Aber ich habe dann weniger Zeit, ne? Über die Weltkarte sind kleine rote Punkte verteilt. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten das die Schauplätze der von Puritas Chordes künstlich herbeigeführten Naturkatastrophen sein. Okay. Und hier sonst gibt es nur die Welt... Ah, boah, man hat ja voll wenig Zeit. Kann ich sonst irgendwas hier nehmen? Was ist das hier? Ein Ölkanister. Ein kleiner Kanister mit Öl. Der Verschluss ist völlig verrostet. Ironie des Schicksals, dass ich ihn mit etwas Öl vermutlich aufkriegen würde. Ja, können wir den mitnehmen? Ja, können wir. Ölkanister. Aber das Problem ist doch... Oh, das kann ich direkt nach unten springen? Ja. Kann ich es nochmal probieren? Also es geht alles viel zu schnell. Sie schafft es gar nicht, den Kanister mitzunehmen, oder? Doch, hat sie jetzt. Gut, gibt es hier noch irgendwas? Kisten? Massenweise Kisten. Offenbar dient diese Ebene des Turms als eine Art Lagerraum. Okay, Lagerraum. Hier stehen so viele schwere und verschlossene Kisten rum. Keine Zeit, die alle aufzubrechen. Okay, und was ist mit der... Oh, ich kann nicht mehr. Sie springt wieder. Oha. Ähm, ähm. Was machen wir denn jetzt damit? Was ist hier? Kann man irgendwie... ...irgendwas machen? Kann ich... Kann ich das irgendwie... Was? Ich weiß es nicht. Die Leuchter sind hier... Okay, sie springt wieder runter. Also hier konnte ich nichts machen. Gibt es hier irgendwie... ...die Waage? Eine dieser alten Wagen diente wohl früher mal zum Abwiegen von Getreide. Kann man da was machen? Was soll ich damit machen? Mich wiegen? Meine Situation... Okay, ich habe es verstanden. Kann man die Tür... Die hat Shelton tatsächlich verschlossen. Ich bin in diesem Turm gefangen. Oh, was machen wir denn jetzt? Jetzt sind wir wieder oben. Können wir irgendwas anwenden? Hier mit dem Spaten. Können wir irgendwie das kaputt machen? Nein, können wir nicht. Mit dem Müllgreifer hatte ich schon probiert, ne? Da ging auch nichts. Ne, Müllgreifer ging auch nicht. Mit der Chipcard... Okay, jetzt müssen wir wieder springen. Hier neuer Versuch. Nochmal mit dem Müllgreifer. Können wir nichts machen. Ach, hier. Können wir mit der Waage was machen? Das jetzt abzuwiegen, wird mir auch nicht... Okay, das hilft nicht. Spaten. Mit dem Spaten können wir das nicht öffnen. Oh, die Tür. Die Tür ist ziemlich massiv. Und mir bleibt nicht viel Zeit, bis Shelton wieder auftaucht. Okay, wir können also nicht den Spaten... Oh, jetzt springt sie wieder. Ah, das geht mir alles zu spät. Können wir... Zu schnell meine ich. Können wir die Chipkarte hier irgendwie anwenden? Wir können die nicht anwenden. Maximal 200 Kilo. Den Ölkanister kann man hier auch nirgends... Kann ich eigentlich nach oben? Von dort kommt gleich Shelton. Das ging nicht. Mh... Boah. Das... Ist kompliziert. Aber gibt's hier... Übersehe ich etwas? Ne, hier gibt's nur die Kisten und diese Teile. Könnte ich... Das jetzt abzuwiegen, wird mir auch... Ja, aber wofür ist es dann da? Mh... Gibt's hier noch irgendwas? Ich kann hier nach unten. Okay. Also kann ich automatisch selber nach unten springen, ja. Okay. Und hier... Gab es wirklich nur die... Was kann ich mit der Waage sonst machen? Was soll ich damit machen? Irgendwie... Weil hier steht maximal 200 Kilo. Können wir das irgendwie dort... Äh... Ich bin überfordert. Wir haben diese Chip... Eine Chipkarte. Kann ich irgendwas verbinden miteinander? Würde das gehen? Ne, ne? Auch nicht. Mit dem Ölkanister... Ich muss irgendwas mit dem Ölkanister... In die Tür? Ich bekomme den verrosteten Verschluss nicht auf. Und den Kanister Schelten einfach entgegenschleudern ist zu riskant. Werfe ich zu spät, erschießt er mich. Werfe ich zu früh, dann bringt es nichts. Ich brauche Alternativen. Und zwar schnell. Wie kriege ich den Verschluss auf? Das ist jetzt wahrscheinlich die Frage, ne? Aber... Äh... Kann ich irgendwie... Ich wüsste nicht, was ich... Ich würde am liebsten hier alles klitzeklein hacken. Aber das kann ich gar nicht. Kann... Hier vorne kann sie auch nicht. Sie kann nur wieder nach unten springen. Das Ganze verunsichert mich. Ich könnte jetzt ewig hier springen. Ähm... Mit dem Spaten hat das alles auch nicht funktioniert, ne? Nina, was machen wir denn da? Ich habe keinen blassen Schimmer mit der Waage. Sie will das nicht wiegen. Ich muss wahrscheinlich mit der Waage was machen. Aber mir fällt einfach halt nichts ein. Kann ich einfach hier durchspringen die ganze Zeit? Und dann komme ich immer wieder hier oben an, ne? Nützt nix. Nützt nix. Und hier... Mit dem Öl... Können wir alles nicht machen. Wir können es auch nicht runterspreißen. Da geht es eine Etage tiefer. Was macht man da? Da will sie auch nicht durch... Okay, die Tür können wir nicht... Eine Chipkarte. Ja, das wissen wir. Ein kleiner Kanister mit Öl. Das hatten wir auch schon. Ein ganz normaler Spaten. Damit kann man Müll aufsammeln. Uuuuh. So, 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 so. Ich kann echt nichts. Ich habe das Gefühl, hier oben können wir wahrscheinlich nicht viel machen, ne? Aber könnten wir vielleicht einfach was runterschmeißen? Nein. Den Spaten? Ach. Hm. Und hier hatten wir das ja auch, dass wir nix machen können, ne? Wenn ich jetzt nochmal versuche mit dem Spaten... Das jetzt abzuwiegen wird... Ich will es ja nicht abwiegen, kann ich da nicht... Hier ist nur die Waage, ne? Sonst ist da nichts. Und wenn ich mich selbst da rein spacke, irgendwie... Kann ich... Was soll ich damit machen? Ja, sie will sich nicht wiegen. Aber kann man das irgendwie verbinden? Mit dem Müllgreifer irgendwie? Das jetzt abzuwiegen... Wird mir auch nicht weiterhelfen, das habe ich verstanden. Aber hier dieses Schild, maximal 200 Kilogramm, das verwirrt mich. Weil hier heißt es ja, dass wir bestimmt was machen können. Über die Seile komme ich wieder eine Etage höher. Okay, ich könnte theoretisch eine Höhe... Ah, dann kommt man auch hier hin. Weil hier waren wir noch nicht. Hier sind auch Fenster. Nichts und niemand zu sehen. Okay, kann man irgendwie die Chipkarte rauswerfen? Noch sind da unten keine Wachen zu sehen. Aber das kann sich ganz schnell ändern und dann werden sie die Karte finden. Vielleicht gibt es ja noch eine bessere Lösung. Eine bessere Lösung? Huch! Und da kommt er wieder. Springen wir runter. Und wieder hoch. Wieder hoch, wieder hoch. Zack. Okay, so. Kann man mit dem Ölkanister rauswerfen? Ja. Ich möchte den Kanister nicht einfach so wegwerfen. Vielleicht brauche ich ihn ja noch. Okay, okay. Können wir am Kontrollpult noch was machen? Ich muss unbedingt verhindern, dass Pat Shelton die Chipkarte in seine Finger bekommt. Sonst kann er den Selbstzerstörungsmechanismus wieder deaktivieren. Und die Katastrophe wird nicht mehr aufzuhalten sein. Okay. Und... Oh. Und wieder runter. Und dann wieder hoch. Zack. Weil da haben wir noch ein Fenster. Also ich kann nichts rausschmeißen. So habe ich es verstanden. Da geht es ganz schön tief runter. Über die Waffe. Und die schießen ziemlich gut. Das war ganz schön knapp. Okay. Können wir vielleicht mit dem Spaten irgendwie? Nein, können wir nicht. Uch. Achso. Da kommt er schon wieder. Oh, man schafft gar nichts. Warte mal. Wieder hoch. Hm. Okay. Könnte ich das Ding wieder hier probieren? Aber wahrscheinlich sagt sie auch nützt nichts, ne? Ah doch. Sie macht was. Äh. Äh. Den Löchern im Kanister nachzuurteilen, zielen die Wachen wirklich ziemlich gut. Okay. Aber jetzt haben wir ein Loch im Kanister, ne? Ähm. Was machen wir damit? Also wir haben jetzt Öl, ne? Da ist ein großes Einschussloch in dem Ölkanister. Können wir vielleicht jetzt mit der Waage irgendwas machen? Springen wir mal hier runter? Ich wüsste zwar auch nicht wirklich was, aber wir können es ja probieren. Das jetzt abzuwiegen, wird mir auch nicht weiter. Okay, will sie nicht. Kann man das hier irgendwie frei ölen? Nein, kann man nicht. Wir haben Kisten, geht auch nicht. Oh, an der Tür? Ich könnte hier ein wenig Öl auf die Treppenstufen schütten. Das würde mir auf dieser Etage ein paar Sekunden bringen, aber was nützt mir das? Und wenn wir das ganz oben machen, würde das was nützen? Hängt das damit zusammen? Wir gehen mal ganz nach oben. Und probieren das einmal aus. Würde das funktionieren? Gute Idee. Aha! Wenn ich das Öl aus den Einschusslöchern laufen lasse, dürfte die glitschige Treppe Schelten einige Probleme bereiten. Gut, dann hätten wir das. Das hält ihn mir zwar nicht vom Leib, aber ich gewinne zumindest etwas Zeit. Aber wofür? Wofür? Äh, was ist damit? Eine Nachbildung der Freiheitsstatue. Können wir was damit machen? Müssen wir mit dem Spaten... Achso, sie macht das... Ah! Okay! Das hätten wir aber auch schon früher machen können, oder? So, jetzt schnell noch das Seil kappen. Dann kommt Schelten hier nicht mehr hoch. Okay, wie denn? Achso, sie macht das selber. Als Leere geschafft. Die Welt ist gerettet. Und ich bin gleich tot. Oh. Ich finde eigentlich nicht, dass ich mich als Heldin besonders gut eigne. Viel lieber wäre ich jetzt. Egal wo. Hauptsache ganz weit weg. Oh nein. Hoffentlich schafft es wenigstens Max. Aber wie sollte er? Die Explosion wird hier alles in Schutt und Asche legen. Das überlebt keiner. Noch 60 Sekunden. Oh nein. Es tut mir leid, Max. Ich wollte dir noch so viel sagen. Äh. Nina, wo bist du? Nina! Kann er sie denn überhaupt da raus retten? Ja. Nina, spreng! Oha. Jemand kann sein Schicksal entrennen! Wuh! Hahaha! Hahaha! Krass! Das nenne ich eine Bomben-Explosion. So macht das Leben Spaß. Warf! Blauer Himmel, Sonne, Meer, Cocktails. Und vergiss mich nicht. Den Traum deiner schlaflosen Nächte. Stimmt. Wie wäre es denn eigentlich mal mit einem kleinen Dankeschön? Und wofür? Na, wer hat dir und dem Rest der Welt denn mal wieder den Hintern gerettet? Hey, Moment mal. Ohne mich würdest du immer noch in Sheltons mudriger Zelle sitzen und vor dich hin jammern. Das ist wahr. Und wer hat dich aus dem Turm gerettet, als die Bombe tickte? Na? Mag sein, dass du auch einen kleinen Anteil daran hattest, dass wir heil aus der Sache rausgekommen sind. Wenn auch nur einen klitzekleinen. Undank ist der Weltenlohn. Mach dir nichts draus. Du bist trotzdem mein Held. Endlich. Ich dachte schon, ich müsste ewig auf diesen Satz warten. Ach, Max. Viel wichtiger ist doch, dass wir beide jetzt hier sind. Weit weg von allen Problemen. Das stimmt. Ja, wurde auch Zeit. Endlich mal kein Stress, keine Staus, keine Katastrophen. Und keine anderen Frauen. Sam? Keine Angst. Sie hatte gegen dich nie eine Chance. Hab sie längst vergessen. Das will ich dir auch geraten haben. Jetzt lass uns einfach mal die Ruhe genießen. Soll ich uns noch einen Cocktail holen? Ja, gern. Ein Sex on the Beach wär toll. Das sollte sich einrichten lassen. Ey, wie genial ist das denn? Nachdem die Anzahl der Naturkatastrophen plötzlich drastisch zurückging und somit auch keine akute Bedrohung mehr bestand, konnte man sich im Rahmen der UN-Vollversammlung natürlich nicht auf konkrete Maßnahmen einigen. Es wurde nur eine natürlich völlig unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet. Alles geht weiter wie bisher. Als Wladimir Kalenko nach seiner Rückkehr von der UN-Vollversammlung in New York von den Abenteuern seiner Tochter hörte, wurde er sehr wütend. Er untersagte Nina, ihn zukünftig auch nur noch ein einziges Mal als Grund für ihre Abenteuer zu missbrauchen. Nina verweigerte dazu jeden Kommentar. Stimmt, diesmal war er wieder schuld. Bix alias Rot 2 und Bix alias Rot 3 sollen maßgeblich an der Zerstörung eines Todessterns beteiligt gewesen sein und tauchen Gerüchten zufolge immer wieder in einer sehr berühmten japanischen Rollenspiel-Serie auf. Flemming Olsen musste erschrocken feststellen, dass das Ende aller Tage wohl doch noch ein Weilchen auf sich warten lässt. Da sein durch exzessives Reisen beträchtlich geschrumpftes Vermögen bis dahin wohl kaum reichen dürfte, widmet er sich jetzt wieder der Touristikbranche. Seine Erlebniskreuzfahrten auf Nachbauten von Titanic, Poseidon und Andrea Doria gelten in den Kreisen der oberen 10.000 als der allerletzte Schrei. Der Paparazzo Feng Li schwimmt im Geld, seitdem er ein Abkommen mit einigen Prominenten hat und seine skandalösen Fotos nicht mehr veröffentlicht. Bei den Behörden, von denen Sam Peters Hilfe anfordern wollte, traf sie nie ein. Oh! Wochen später begegnete sie einem Äffchen mit roten Pfoten, das sie zu einer Bucht führte, wo sie von einem Fischerboot aufgelesen wurde. Alle Versuche, Max zu einem gemeinsamen Abenteuer unter dem Titel Sam und Max, zwei Verliebte in geheimer Mission, zu überreden, blieben aufgrund Ninas massiven Widerspruch bislang erfolglos. Der Frosch in der Maske aus dem indonesischen Tempel wusste schon in jungen Jahren seine Artgenossen durch sein charismatisches Auftreten und seine überzeugenden Predigten zu faszinieren. So gelang es ihm auch schnell, die Tempelwache von seinen Motiven zu überzeugen. Gemeinsam pilgern sie seitdem durch die Bahnhöfe dieser Welt und verkünden allen, die es nicht wissen wollen, ihre einzigartige Weisheit. Nur Fliegen sind schöner. Der Imbissbudenbesitzer macht seit kurzem exzellente Geschäfte mit seiner neuen Internetfirma, die Glückskekse mit Sprüchen nach Kundenwünschen verkauft. Ob als Motivationshilfe für Entwickler, Schlaf ist der Feind des Erfolges, als Gimmick für die Presse, bewerte dieses Spiel hoch, sonst wirst du tief fallen oder auch als Packungsbeilage für den Endkunden. Zufrieden ist stets der, der keine Ansprüche stellt. Die Verwendungsmöglichkeiten sind schier unendlich. Durch den Alkoholentzug erinnerte sich der Klochard plötzlich wieder an seine Vergangenheit als Kommissar Kanzki. Bei dem Versuch, sich ein Zehn-Cent-Stück aus dem Wunschbrunnen zu angeln, rutschte er aus, schlug sich den Kopf an, verlor erneut das Gedächtnis und wurde zu einem gefeierten, exzentrischen Schauspieler. Der Landvermesser, den in Alufolie gewickelten Becher über seinen Hehler an einen berühmten Kunstsammler verticken wollte, flog er auf und schmort seitdem im Gefängnis, wo er sich mit dem Mundharmonikaspielenden Gefangenen eine Zelle teilt. Das schwere Gerät aus seinem Jeep hat man ihm zu seinem größten Bedauern vorher abgenommen. Weil die Polizistin das ewige Gejaule des Mundharmonikaspielers und die endlosen Unschuldsbeteuerungen des Landvermessers nicht mehr ertragen konnte, hängte sie ihren Job an den Nagel und führt seitdem Dopingproben bei großen Radsportveranstaltungen durch. Herr Rossi sucht immer noch sein Glück und die Autovermietung sucht immer noch Herrn Rossi, seitdem sie den nur mäßig ausgebesserten Kratzer in dem teuren Sportwagen entdeckt hat. Durch die Erfolge seiner Affendressur ermutigt, versuchte der Zoo-Wärter, dem Nil-Krokodil das Apportieren beizubringen. Jetzt arbeitet er als Kapitän Hook in einem bekannten Freizeitpark vor den Toren von Paris. Die Gefängniswache Spivak entkam wie durch ein Wunder der gewaltigen Explosion. Er entschied sich für eine kleine Auszeit vom Dasein des Heldenbewachers und verfeinerte seine Käsesuppen-Kreation bis zur Perfektion. Nach einigen Auftritten in Kochshows entschied er sich aber dann doch dafür, wieder in seinen alten Beruf zurückzukehren. Die ersten Bewerbungsgespräche stehen demnächst an. Sehen wir ihn im dritten Teil wieder. Oh, in Gedenken an David Corell, Matthew Wakefield, William Patterson, Bischof Chester Perry, Pat Shelton, Katharina Jordan, den Schissarzt, den Barkeeper, den Kapitän und die Turmwache, die im Dienste von Spannung und Dramatik ihr virtuelles Leben lassen mussten. Oh, das ist ja auch süß. Also es ist nicht süß, also es ist schön, dass sie sowas gemacht haben. Oh, das ist so cool. Ich finde es überhaupt genial, dass die am Ende immer so eine kleine Vorschau machen, was aus den Leuten geworden ist, die wir hier alle getroffen haben. Und dass wir hier sogar ein paar alte Gesichter getroffen haben, wie den Kommissar Kansky oder auch den Wachen. Also es ist schon cool gemacht. So, bei der Entwicklung von Geheimakte 2 kamen übrigens fast keine Tiere zu Schaden. Die Entwickler selbst hingegen wurden sabbernd und stammelnd in geschlossene Anstalten verfrachtet, befinden sich inzwischen aber wieder auf dem Weg der Besserung. Oh, ist so gut. Oh, was ist das? Zertifikat. Hiermit bescheinigen wir ihnen, dass sie Geheimakte 2 Puritas Cordes erfolgreich durchgespielt und die Welt vor dem Untergang gerettet haben. Sie dürfen sich nun an dem Titel Superheld schmücken. Spielzeit in Minuten 514. Linke Maustaste gedrückt. 1556 Mal rechte Maustaste gedrückt. Nur 508 Mal, also ich habe wenig beobachtet. Joa. Spielhilfe benutzt 178 Mal. Gelaufene Meter, 4380 Anzahl, Speichervorgänge 10. Ich habe so selten gespeichert. Okay. Das ist ja interessant. Die Auswertung der Statistik hat ergeben, dass sie so gut waren, dass sie sich damit automatisch für weitere anstehende Weltenretteraufgaben qualifiziert haben. Das Geheimakte Team verneigt sich vor dieser Leistung in tiefster Ehrerbietung und allergrößtem Respekt. Ein Bild dieser Urkunde wurde im Installationsverzeichnis gespeichert. Oh, das ist ja voll cool. Oh, das ist jetzt vorbei. Och, Menno. Ne, das war schon cool. Also, das Spiel hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich muss wieder gegen die Musik anschreien. Ich hoffe, man hört mich trotzdem. Ich muss einmal ganz kurz in die Option. Sorry, ich muss die Musik etwas runterdrosseln, weil sonst kann ich nicht reden hier. Machen wir Effekte auch gleich runter. So. Noch ein bisschen. Zack. Okay. Jetzt hört man mich bestimmt besser, ne? Dass ich wenigstens das Abschlusswort hier in Ruhe sagen kann. Also, ich muss sagen, das Spiel war richtig cool. Es hat sehr Spaß gemacht. Ich finde sogar, dass hier die ganzen Sätze, ich weiß gar nicht, diese ganzen Dialoge, dass die nochmal so eine Schippe draufgelegt haben. Also, es war schon genial. Man konnte die ganze Zeit nur lachen von den Dialogen und die waren einfach genial. Also, wer sich das ausgedacht hat, tiefen Respekt vor, weil da muss man auch erstmal drauf kommen. Und allein diese Rätseln, wo es meine Logik dran kaputt gegangen ist, ja. Besonders das jetzt mit dem Code, wo ich da die Tipps bekommen habe. Ich glaube, ohne die Tipps hätte ich das wahrscheinlich gar nicht geschafft. Also, nochmals vielen Dank, dass wenn ich mal so feststecke, dass ich da noch ein paar Hinweise bekomme, dass ich doch ein bisschen weiterkomme. Da bin ich echt dankbar für. Ja. Und ansonsten, was kann ich sagen? Es wird als nächstes der dritte Teil laufen. Wir haben ja noch den dritten Teil und nochmal das DLC mit Sam Peters. Das habe ich auch, das würde ich dann auch bringen. Ich bin gespannt. Ich habe gelesen, die Rezessionen für den dritten Teilen waren nicht so toll wie jetzt für den zweiten. Aber das ist meistens so, wenn man so einen Dreiteiler hat, dass der zweite doch irgendwie der bessere Part ist. Aber lassen wir uns überraschen. Ich freue mich trotzdem dann da drauf, auf die schönen Dialoge und auch schon an die bekannten Gesichter. Ich bin auch gespannt, was die sich diesmal einfallen lassen. Ob die wieder den Vater da als Grund nehmen, dass wir die Welt retten gehen. Ich weiß es nicht. Aber ja, sehen wir dann auf jeden Fall. Ansonsten, was ich noch sagen wollte. Ich hatte ursprünglich vor, jetzt zum 1.9. noch A Twisted Tale zu bringen. Das ist auch so ein Adventure, Click and Point Adventure. Ja, Spiel. Ja, aber leider irgendwie habe ich nachgeschaut bei Steam, wurde das Datum rausgenommen. Jetzt steht da nur noch 2022. Also ich habe das ungute Gefühl, dass es doch nicht am 1. September rauskommt. Das heißt, es verschiebt sich wieder. Das ist ein bisschen traurig. Aber mal schauen, ich werde dann vielleicht was anderes bringen. Nicht nur vielleicht, wahrscheinlich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Ob jetzt direkt am 1. September, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall um das Datum herum. Genau. Und ja, ich glaube, das war es soweit. Ich bin ein bisschen traurig, dass es jetzt schon vorbei ist. Aber ja, aber es geht ja weiter mit Nina und Max. Okay. Und ansonsten, ja, könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Oder ob ihr irgendwelche speziellen Wünsche noch habt für die Zukunft. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.